Schau dich mal zurück. Ja, ist vielleicht besser, wenn ich in zwei Teile das mache. Arschloch, weg damit. Nächste. Schau dich mal zurück. Folgt mir vor. Ja, komm schon. Fuck ya. Ich würde dich auch schluss mit dir, du Arschloch. Blöde Idiot. Schau dich mal zurück. Immer oben. Voll in der Kopf geschossen. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Wie sollen wir den Cluster rauskriegen? Ja. Ich mach schon. Bereithalten. Schwer bewacht, was auch immer da drin ist. Was sind da drin her? Oh, es ist bewacht. Oh. Oh. Es ist ein Mädel. Jack ist klein. Ja. Kleiner war gefährlich anscheinend. Oh. Das ist ein Mädel. Das ist ein Mädel. Wie soll ich sie nicht machen? Oh, das ist ein Mädel. Wir sind nicht in der Mitte. Oh, das ist ein Mädel. Wunder, hol uns das mal an. Ooooooh! 4 Mechs! Ooooooh! Was ist jetzt hier drauf? Die 4 Mechs gekillt. Was das wohl ist? Ooooooh, Wahnsinn! Dramatisysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine überlebenden. Es geht nicht nur da, ne? Es ist gerade nur da. Jetzt machten wir euch fertig. Vorsicht! Ich bin auch ganz vorne dran. Das ist wieder typisch krän. Das ist ja stark. Wenn schon, denn schon, dann ganz hohe. Das. 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 Nicht schlecht. So, dann gucke ich mir mal das ganze Ding an. Bis ich dann halt da, wo ich auch hin will, hinkommen.